hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weitere folge spielro der kack drache ich meinte spielro der drache also wir haben letzten part einiges geschafft wir haben das level geschafft wir haben das fluglovel geschafft und das bin aus der von allen ich bin so glücklich dass wir es geschafft haben immer noch jetzt müsste eigentlich nur auf das kostet willkommen ich mich richtig erinnere und warum geschehen stelle ich bin noch einfach ich gehören danke hallo stop märzl hat begegnung mit märzl hat ich kann mich halt kaum erinnern was ein schlechtes oder ein gutes zeichen ist ein gutes zeichen könnte sein dass es gar nicht so schlimm war es schlechtes zeichen das halt ist halt nicht besonders toll war beziehungsweise nicht nicht das woran man sich erinnern kann weil es ist halt nichts auffälliges war mein gott sind sie was oft ist mein dummheit aber dazu ist ja nichts sagen wir kennen mich ja ich habe eine videos also habt ihr auch nichts anderes erwartet oh mein gott oh mein gott was scheiße denn auch der tempel schützt ich habe ein bisschen physik spiele physik dass sie meinen arsch gerettet habt was da keine munition mehr aber leid nicht unter uns war es mehr und ich weiß das wunder schon hat kratzt parks in der explosionen übertönt das park laut sparks warum sag ich mal spark sparky sind ja nicht nur spark ja schöner name sparky zwei euro passt und wenn die bitches bernd bis box spurs sparky line wir haben wir sind ich habe ich weiß nicht ab welchen punkt man nicht mehr zurückkommt also mal gehe ich jetzt mal noch nicht zurück und überlegt doch mal wie man dorthin kam im ski rüber aber wie noch mal von woraus muss ich hinspringen und wie und wo und wie es glaube ich glaube es reicht mir aus noch etwas hier gut da ist eine strudel als man soll mich die musik ist über leise vielleicht anscheinend auch ich mache mir ein bisschen lauter dann sind es jetzt musik bis zu laut ist oder übersteuert weiß ich ja nicht aber eigentlich sollte sie nicht übersteuern also das hätte ich beinahe übersehen easy die musik ist über langweilig dazu noch also ich habe jetzt nicht das bedürfnis bei der musik mit zu singen ja dann konnte ich mich erinnern beim ersten mal durchspielen habe ich nie also als kleines kind habe ich hier nie jünger das gefunden weil sie alles für weil ich halt echt nicht auf die idee kam da unten zu gucken um mir zu denken man kann doch sagen wir haben fliegen oder macht und dann habe ich irgendwann ausgeworfen aber ich bin jetzt weiter mit dem sturm hallo sadiki dieser roboter ist aufgeladen um gegen dich zu kämpfen du kannst deine stromversorgung unterbrechen indem du die magnetpole angreifst aha du darfst du mir sagst nur ist wahrscheinlich nur grün holy shit so schön nach oben haben wir auch alles sein sollen können das haben 100 prozent von also wir holen alles von ich weiß nicht wie viele prozent es gibt kann ich mehr informieren aber ich werde nur zocken ist sagt mir ein bruscht mich nicht hier zu informieren ich so um solchen von mir nicht einfach zocken kann wenn dadurch ausfinden warum sollte man in die komplett lösung gucken so ganz ernst du willst doch was für pussys ich bin keine pussie ich bin morgen nur echt mit männer schnitzel äh nein du scheiß sexistisches arschloch alles klar um was oh alter hat mich erst erschrocken nein Und mein Gott, das trifft nicht. Demnehmen. Okay, wie auch immer das passiert ist. Das fragst du aber nicht. das ist ein edelstein weiß es nicht oder sagen nur ein dummer juwel woher kommen die ganzen juwelen woher kommt der schmetterling was ich bin verwirrt damit auch die zwei so alles schön einsam sparky line woher kommen die ganzen edelstein und das war's wie jane effekt gesagt wird und wir haben alles gut ab nach hause übrigens heute sonntag also der vierte dritte heute ist halt gerade die zweite folge ja schon so viel aufgenommen voraus mir geht es schon viel besser nachdem du so viel drachen geht und hast komm an bord und fliegt mit mir um die welt der team wie was die wunderschöne welt das ist nicht so gut oh scheiße gespoilert kleines was kompiks so mit den kleines Alter, ist die Musik leiser Bei mir natürlich Nein Das ist ein schön dumm Nein, 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 nein Oh Gott Latif Ultranatif Willkommen bei den Dreamweavers, mein Junge Wenn du in dieser Welt nasties Lakaien jagst, musst du das Unerwartete erwarten Und mit dem Unsichtbaren rechnen Mit dem Unsichtbaren? Damit rechne ich gerne Das ist bestimmt die Variable X Oder die Substanz X Das weiß ich ja nicht Ob es eine Variable oder eine Substanz ist Er ist ja unbekannt Er ist ja unsischbar Er ist unsischbar Habt ihr es gesehen? Arme Ballonfalle Der Fall hallo Ob Woll So Also Hier unten gibt es nichts zu holen Gut Ich nehme ich mit Ich nehme ich mit Ich nehme ich mit Ich nehme ich mit Big Boss Big Boss Ich nehme ich mit Ich nehme ich mit Bekleine Den Drachen verkleinern Schade Wäre schön auszusen So klingt Nein Ich nehme ich mit Ich nehme ich mit 434 430 Grad Drehung 63 60 Und mir falsch Ja 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 Abziehen Abtrennen Okay Ich habe irgendeinen gesnaipt den ich gesnaipen wollte Ich habe mich jetzt irgendeinen Back ausgelöst Da ich hätte einen geschossen hab Das ist halt echt sweet Das muss er so ausgesehen Back auslösen Wahrscheinlich habe ich einen Ballonfahrer groß gemacht Stimmt Hundertprozentig Easy ich 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 damit Okay okay oh mein oh spinnstong Ha, das war die Leyen. Ach, der hat ja noch nicht mal groß gemacht. In den Hose rum. Ah, gescheatet. Zack. So. Ab zum Drachen. Und speichern. Zicomo. Hi Spyro. Hi. Gute Arbeit. Nein. Die Arbeit ist erst getan, wenn Nassdino gerüstet ist. Genau. Meiner Meinung. Ich kann nur ein Wort sagen pro Stunde. Warum rede ich denn so viel? Ich habe irgendwo nichts zu viel, ich habe irgendwo in irgendeiner Welt in der Welt vergessen. Und den muss ich noch kleiner machen. Und die Tauers. Und die Tauers. Und Hound it. Oh Gott. Was soll denn das? S-Kamera. Oh. Kla-kla-kla-kla-kla-kla-kla-kla-kla-kla-kla. Die Narnen, die du in dieser Welt siehst, sind umschlagbar. Aber das heißt nicht, dass du sie nicht angreifen solltest. Klingt doch ganz gut. Die kannst du nicht töten, aber die solltest du angreifen. Ähm, Spyro? Was war das? Hast du es gesehen? Äh, so ist das geil. Dann würde ich mal behaupten. I believe I can fly, and I can't touch the sky, because I am too klein. That means I have a little penis. Oh no, that's not how it works. Let's go. Das ist der Edelstein Ja, das ist der Stein Edel Und die wüsst, was das bedeutet Wir können anfangen mit dem ersten Welt Und alle, wo wir natürlich dumm leiden Huiiii Huiii Äh, Dark Passage Ist es nicht das Level, was ich denke, was es ist? So, dann, dann haben wir sofort das E-Kraft, was du lebst Von allen Das ist nervigste Ja, ist das Gut Sweet Dann haben wir schon abgehackt Abgehackt Lass es an Und stehen getritten kann Lass es legen Oh, guck mal die kleinen Hundeleinern Oh, wie süß das ist nicht süß jetzt ist das an lasst liegen die feinde hier können ziemlich unheimlich aber pass auf die narren auf die will ich lieber brest das hört man gern ja gute dialoge phew nice to try to snipe me can snipe this can snipe this can snipe this und double kill und was gut ich habe mich so als ein half endlich lass an oder lass liegen danke dass du mich befreit hast ach komm und das ist ein ernst ich wechsel juck gesprungen damit du ich wieder unten lande ich habe noch nicht gesprungen Böser Wauwau Klamm Stürb Und beide tot, so ist das geil. So liebe ich das. Bakari. Bakura war zum Mainstream. Immer eine Liederdrache. Der einzigste. Ey, wo sind jetzt die Raketen? Ach, warte. Abspielen. Ey, was ist das Musik? Ich meine. Die brauchen auch 2. Welt. Da ist nichts. Weiß, dass man nur holenfliegen muss. Wo? Weiß ich nicht. Und noch. Da kommen wir wieder hoch. Oh Gott. Ich habe zwar kein Leben verloren, aber jetzt muss ich wieder ganz von vorne anfangen. Dann müssen wir spinnen und speedrunner. Es ist Zeit, mein Spiel aufzunehmen. Ops. Es ist Zeit, mein Spiel aufzunehmen. Und da hast du schon geklitscht. Was ist hier unten? Ja, war's. Sack, easy. Was ist denn jetzt da rüberfliegen? Was ist denn jetzt da rüberfliegen? Nichts. Okay, ich hab 3 aus... Ich hab alle auszusehen getötet. Ja, ich dachte ich werde an allen vorbeigerant, aber nein, ich hab alle 3 gefühlt. Mach dich dann. Nichts dann. Dude, dich dann. Hallo, Kumpel. Nichts dann. ok es hat mir ruhig aus und die kamera so getroffen und was er durfte eine halbe stunde vorher abgeschossen und was fluss getroffen ich werde von magneten getroffen ok das war dumm ich werde einfach am attacke machen müssen ich hab die rahmen wissen sex apache danke ich würde dir gern helfen nasti zu fangen aber ich möchte nicht wieder in kristall eingesperrt sein keine sorge der einzige der hier eingesperrt wird ist er glaube ich nicht aber what alter was ist das falsch bei mir hier nein ich bin tot ich bin tot ich bin tot ich bin tot ein Ich frombiere dich. Danke, dass du mich befreit hast. Wo war sie? Dass du mich befreit hast. Verdictet. Ja, noch traurig, da hab ich nur eine 60. Darf ich das kriegen? Ich glaube, ich muss es schaffen. Okay. Okay. Drei. Zwo. Geronimo! Easy. Direkt das das Tor, ey. Oh mein Gott. Schlecht. Nein! Und let's go. Boah. Jetzt mal bitte nicht zum Booster, die Apexu. Das war das Himmelsrum vor dir. So kack wie du bist, hab ich noch nie gesehen, Alter. Holy shit. Das ist scheiße, ey. Du kannst ja nicht gar nichts. Du kannst ja auch erstmal kacken, so scheiße wie du bist. Geben. Geben. Auf der Herbst blocken, scheiße Spiegel. Scheiß Gegner. Oh, den Doge-Skills. What? Leu, what? What? Was passiert hier? Was passiert hier? Ah! Äh, ich bin tot. Schon wieder. Ich glaube, dass ich nicht auch genug bekommen hab. Oh Gott. Ah, das war ein Risiko. All in. Wir ficken das Risiko. So, das sollte jetzt Rest sein. Wenn ich immer nicht am Arsch. Oh Gott, da fehlt. Mich fehlt etwas. Wir fehlen zwei Ehresteine. Neeein. Ach. Zwei oder eine. oder sei hier oben wenn du das entdecken das ist so kacke dass mir jetzt ein zweier fehlt oder ein oder zwei einser ich meine ich liebe das wacke verlass mich nie wieder ja ich hasse mein leben ich habe irgendwann zwei jahre vergessen das erste mal dass das passiert ist irgendwo etwas übersehen abbeziehungsweise nicht ich könnte kotzen da ist er doch jahre oder schwierig kack musik machen und ich habe keine ahnung wo ich jetzt bin hier gut zum glück habe ich so schnell gefunden und schritt noch am ende des partys auf so blasen und was mein schwanz und sei das war's mit dieser episode von spiel oder kack drache sind seit schon und schau da und cancer und Pam ud